Ich habe gefragt, was das für eine Tonart sei, und in unserem Repertoire hat es ein einziges Lied in dieser Tonart, und das muss ich jetzt hart spielen. Das ist ein Lied von einem leider gerade kürzlich verstorbenen Sänger von der Berner Tubadour. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner Tubadour. Ich möchte das so gerne singen. Also, ich mache jetzt keinen Fehler. Die Glocke noch einmal! Herr Sigrist, bitte! Habt ihr den Service gesehen? Das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Ich werde die Aui, Aui, Aui überleben. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Und das ist ein Lied von der Berner, und das ist ein Lied von der Berner. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018